Manche Herzen sind Schätze, unerschöpflich groß. Großzügig wie strahlender Sonne gibt ihr Besitzer sie los. Wir nehmen sorgsam und dankbar das Geschenk in die Hand. Wir wünschen dir Glück, gesegnet seist du, der achtet das Gold wie Sand. Manche Herzen sind Feuer, die tief verborgen brennen. Du kannst in kältester Nacht im Schnee ihren Widerschein erkennen. Niemand, so zaubergebannt, in solcher Sehnsucht brennt, Als der, der den Schimmer sieht eines Nachts und sich nach dem Feuer sehnt. Manche Herzen sind Schätze, unerschöpflich groß. Vordergründig wird also die Großherzigkeit bestimmter Menschen gewürdigt. Großzügig wie strahlender Sonne gibt ihr Besitzer sie los. Liebe, Freundschaft, Anteilnahme, Großzügigkeit, wunderbare Eigenschaften eines Menschen. Wir nehmen sorgsam und dankbar das Geschenk in die Hand. Vielleicht darüber hinaus sogar fast eingeschüchtert davon, daß wir in solcher Großherzigkeit nicht mithalten können. Wir wünschen dir Glück, gesegnet seist du, der achtet das Gold wie Sand. Ein Mensch, der gibt und gibt und unerschöpflich geben kann. Es heißt hier wörtlich zwar, daß man demjenigen Glück und Segen wünscht. Die zweite Strophe wird zeigen, daß vielmehr gemeint ist, diese Eigenschaft macht glücklich und läßt einen gesegnet erscheinen. Wir haben es zudem mit einer geradezu distanzierenden Form des Glückwunsches zu tun, als wenn man sagen wollte, leb du dein Leben, es ist nicht meines. Manche Herzen sind Feuer, die tief verborgen brennen. Die Sonne ist ein Feuer, das für alle sichtbar brennt und allen gibt. Das verborgene Feuer will geben, aber anstatt andere zu wärmen, zehrt es nur den einsamen Menschen innerlich auf. Du kannst in kältester Nacht im Schnee ihren Widerschein erkennen. Hier haben wir ganz konzentriert, was Karen Beuys Lyric so unwiderstehlich macht, wuchtige Kontraste zwischen hell und dunkel, Tag und Nacht, warm und kalt. Anstatt zu wärmen, vermag dieses Feuer nur einen kaum wahrnehmbaren Schein zu erzeugen, und das auch nur umgeben von größtmöglichster Kälte in tiefster Nacht, während doch der, der dieses brennende Herz im Innern trägt, daran auch innerlich verbrennt. Niemand so zaubergebannt in solcher Sehnsucht brennt, als der, der den Schimmer sieht eines Nachts und sich nach dem Feuer sehnt. Es ist offenbar ein großer Zufall, daß überhaupt jemand diesen schwachen Feuerschein sieht, und derjenige kann nicht einmal den Ursprung dieses Feuers ausmachen. Offenbar ist es aber jemand, der für dieses Feuer empfänglich wäre und ebenso stark, wie das Feuer in dem einen brennt, brennt hier die Sehnsucht desjenigen, der dieses brennende Herz finden will. Was ist es, was diese beiden gemeinsam haben? Man darf vor dem biografischen Hintergrund Karen Beuys annehmen, daß es die Homosexualität ist. Was sich hier in rätselhaftem Sehnsuchtbild verbirgt, wird viel klarer, wenn man sich vor Augen führt, was es heißt, Sehnsucht überhaupt nach einem Menschen zu haben, ohne sich auch nur bezüglich dieser Sehnsucht irgendjemandem wirklich anvertrauen zu können. Anders, wo man sich auf der Haare befinden, was es ist, was die Welt war. Was ist damit festgelegt? Das ist eine Leut decádекte, die Lampe. Wir wollen sich sehr wohnen, wenn man sich da im Schraubbrief, wenn man sich da beim Schraubbrief, das ist, was das für die Menschen zu sehen. Nur nicht so gut. Vielen Dank.